So, Schurzweigelbock. Nein, nein. Das war der Leibstuhl dazu. Aber das war der Leibstuhl. Ja, ich komme schon zurück. Ja, ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ja, ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Was ist das? So, da liegt man. So, schönes Geweil. Schönes Klamm. So, 161, das Go, 98 Kilo, schönes starkes Tier. Machen wir ein Tropfenschutz. Oh ja, das können wir schön sehen. Aber es wird sich schlecht aussichten. Ich hätte mich schon befürchten. Ich hätte mich schon befürchten. Ich hätte mich schon befürchten. Das war's. Das war's.